Für maximale Flexibilität und extra viel Platz. Die neuen VarioFlex Plus Geschirrkörbe und VarioSchublade von Bosch. Ob viel oder wenig Geschirr, große oder kleine Töpfe, Weingläser oder Kaffeetassen. Die Beladung ändert sich von Tag zu Tag. Und damit die Struktur der Geschirrkörbe. Sie wasst sich problemlos allen Beladungssituationen an. So gibt es sicheren Halt für Teller und Gläser oder viel Stellfläche für Töpfe. Durch spezielle Anlagebügel und schonende Auflageflächen stehen Weingläser stabil und geschützt. Neu ist die VarioSchublade, in der Besteck sauber getrennt untergebracht wird. Auch Espressotassen und größere Küchenutensilien wie Suppenschöpfer haben hier Platz. Der optionale Besteckkorb kann, je nach individueller Beladung, beliebig im Unterkorb platziert werden. Noch mehr Flexibilität mit der neuen Rackmatik. Die Höhe des Oberkorbes kann jetzt in drei Stufen variiert werden. So gibt es sowohl im Unter- als auch im Oberkorbraum für große Teller oder Töpfe. Und mit ihren drei Beladungsebenen bieten die neuen VarioFlex Plus-Körbe selbst langstieligen Weingläsern noch Platz im Oberkorb. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017